Respekt und herzlichen Glückwunsch ins Wort des Jahres Christian Hübler. Christian Hübler, der Sportart des Jahres, schönen Tag. Ja, wie gut wäre, wenn ihr ein bisschen rausgeht, dann tut mir leid. Wenn ihr wisst, dass ich aktiviere, das wir mit der Herrmann von Veranstaltungen sagen, das wollen Sie nicht. Ich muss ja nicht mit der Frau an, oder? Nee, nee, nee. Ja, ich durche nicht mit der Frau an, oder? Wolltest du dich mal grüßen? Christian Lukas. Nee, er ist an 55 Kilometer gegangen, wenn man für sie was trainiert, macht man das ja nicht allein. Da steht schon, ich habe gerade eine junge Dame gesehen, die dich beherzt, sie fühlt uns gerade. Ah ja, hier. Ich habe mich unterstützt. Ja, die haben gerade ziemlich eifersüchtig geschaut. Das ist meine Frau, das ist meine liebe Frau, die mich unheimlich gut unterstützt hat. Das ist selber Spitzensportlerin gewesen. Und wegen ihr, natürlich auch ein verbreites Team von unserem Wehrlobverein, ich war noch zu Bamberg. Das war ein Vorrang, wenn man nicht so gehört, das kann ich gerne hören. Er war einfach nicht dabei, zwei Jahre. Idealer, die ich da auch nicht unterstützt habe. Ja, einfach mit mir trainiert habe und schwer zu halten. Das war so, glaube ich. Gratulation, dass Sie mich für Sie, weil Sie sich für Sie in den letzten Jahren in den letzten Jahren waren. Christian Süper, das Wort hat Sie auch noch weiter.